Gerda Feuth von Feutenberg zu Vincent van Gogh Aus den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts in Mischtechnik Ein Holzstuhl mit geflochtenem Sitz steht in einem Zimmer. Der Boden ist geteilt wie ein Dielenboden, er ist rot, auch die Wände sind rot. Nur eine grünliche Tür unterbricht die vorherrschende Farbe. Ein kleiner Tisch mit Kerze und ein schiefes Bild an der Wand vervollständigen die Möblierung. Die Malerin zitiert Bilder von Vincent van Gogh. Dieser hatte 1888 in Arl seinen Stuhl mit einer Pfeife darauf gemalt, ganz ähnlich mit dem Blick von oben. Die übrige Ausgestaltung erinnert an ein weiteres Bild von van Gogh aus dem gleichen Jahr, nämlich sein Schlafzimmer in Arl. Die Malerin verändert jedoch den Stuhl durch den roten Einsatz zu einem Nachtstuhl. Sie sind für ein Schlafzimmer in Arl. Sie sind für ein Schlafzimmer in Arl. Untertitelung des ZDF, 2020